Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Links Crossbow Training. So, Punktejagd und ja, wie man sieht, ich hatte ein bisschen Langweile, eben gerade, weil, ähm, ja, ich hatte Langweile halt und dann habe ich alle Flutting geholt. Und jetzt geht's weiter mit Level 4. Ich dachte mir halt so, du kannst grad nicht aufnehmen, denn, ja, wenn ich irgendwie was rendere oder irgendwas anderes mache, was halt, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das komisch. Denn ist es halt so, dass ich nicht aufnehmen kann, weil sonst, ähm, das Video lag. Und das, äh, ist natürlich, äh, nicht gut, ne? Logisch. Und das Lägen kriege ich auch irgendwie nicht mehr weg. Oh Gott. Nicht mein Ernst, oder? So, vom letzten Mal habe ich noch gelernt, dass man nicht durch den Wasserfall schießen kann. Ja, da habe ich den letztes Mal, glaube ich, auch geschaffen, den großen Halt. Nein, ich hab den... Verdammt. Also eigentlich will ich ja schon viele Punkte kriegen, aber ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Vor allem, wenn ich jetzt noch daneben schieße ein paar Mal, was auf jeden Fall passieren wird. Oh Gott. Die Kamera. Irgendwie komisch. Habe ich den noch? Ich weiß nicht. Ist das viel? Ist das wenig? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, ich glaube, hier kann man richtig viele Punkte holen. Ach, das ist das. Hm. Der Entlock doch nicht. Und schön daneben schoffen. Oh, komm, Mann. Äh, da sind die. Muss halt die Menge jetzt retten. Das war gut. Jetzt noch mal die Menge. Nice. Einer hat wieder überlebt. Der ist dort. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Oh Gott. Wow, ich hab voll viele Punkte, aber... Fällt mir gerade mal so auf. Oh. Nice. Äh, wieso ist der nicht gestorben? Ich hatte noch ein bisschen Hoffnung, dass der stirbt. So, jetzt brauche ich... 24. 24k. Könnte ich in diesem Level tatsächlich schaffen. Denn ich weiß halt, dass ich zwei brauche. Ich kann das halt trotzdem noch verkacken, aber... Es sieht bei solchen Level sowieso gut aus, weil... Ich hab das eben halt auch schon gemacht. Man muss halt nur bedenken, dass die runterfallen und... Boah. Äh, da kommt was raus, ne? Egal. Oh mein Gott. Ich hatte... Kurzzeitig... Das Gefühl, dass ich die nicht treffe. Genau wie die. Okay, jetzt gibt's Punkte. Ja, ich hab's schon geschafft. Okay. Platin! Äh, wo denn? Wo, 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 wo? Ich will die eigentlich noch haben. Nein. Oh mein Gott. Der Boss. Na, Spaß. Oh, was? Ey, krass. Krass, Mann. Es läuft. Ich hab einfach jetzt überall Platin. Danke, Langeweile. Du hast schon mal den Part gerettet. Fängt ja gut an. Ah, vielleicht... Vielleicht mach ich auch noch alle auf Platin. Also wenn ich das jetzt nicht schaff, entweder off-screen oder... Versuch's halt so noch... Im Let's Play, weil... Ups. Weil das halt nicht lang geht, ne? Drei Parts. Um genau zu sagen. Okay. Oh, Mann, please. Ja, ich hab ihn. Der andere war nicht mal im Bild. Okay. Kann ich mit leben? Ich weiß halt nicht. Soll ich zoomen? Ich weiß nicht. Oh, Mann. Ich verkack das so richtig hart. Ja. Ey, Mann, bitte. Ja, komm. Ja, komm. Ja. Ey, Mann, ich hätte hier so viele Punkte holen können. Das gibt's nicht. Am Ende noch die Streak gehabt. So ne Kacke. Na, das ist doch okay. Unmöglich. Boah, das war knapp. Obwohl ich sag, unmöglich. So unmöglich war das gar nicht. Ich kann mich daran noch ein bisschen erinnern. Boah, ich hab nicht daneben geschossen. Äh, hallo? Nein, ich hab daneben geschossen. Gerade jetzt, wo die ganzen Punkte kamen. Ich krieg doch hier niemals 44.000 oder wie viel ich brauche. Ah, gut. So hier sowieso nicht. Hier hab ich das noch nie geschafft, alle zu kriegen. Ich bin ausgewichen. Man hat... Er hat einfach Aimbot, oder was? Hallo? Wo ist denn der andere? Ey, Junge, denn. Ey, Junge, denn. Wo sind die? was wovon habe ich wovon habe ich gerade schaden bekommen das wüsste ich mal gerade gerne ich weiß tatsächlich nicht wie ich reinkomme mann silber wie schlecht war das denn ich mache gerade facebook des todes bei mir selbst aber also für mich selbst hier wird es auch sehr schwer wenn ich das bei dem fach hake wird es sowieso eigentlich unmöglich es ist so lächerlich es ist so verdammt lächerlich sorry aber ich konzentriere mich gerade kurz oh man ey ich bin das doch zum kotzen dieser scheiße das ist so gut am anfang man muss es halt nur einmal verkacken ach ja aber das ist cool hier sehr schwer da ich schon wieder fünfmal daneben schiebe stimmt man muss hier viel aufladen mit aufladen ist das so leicht da kriegt man so eine richtig krasse kombi ja lächerlich ich meine was hat mich da gekauft ja ich bin Okay, ich habe Lookdown bekommen. Ich sag doch, hier kann man so eine krasse Kombi aufbauen. Ich glaube, das ist aber mein Rekord in diesem Level. Alter, ich habe einfach schon mit einem Level eigentlich so gut wie Blood Ingold. Hätte ich nie gedacht, dass das ... Ey, das ist krass. Okay, okay, okay. Eigentlich muss man das so machen, damit man die überhaupt krasse Kombi aufbaut. Nein. Oh, das ist doch scheiße. Okay, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 3, 4, 5. So, hier ist doch einer jetzt. Den machen wir doch mal so weg. Ey, was? Ich habe das nicht heute ernsthaft verkackt, oder? Aber ist mir eigentlich egal. Wenn ich mal ehrlich bin. 130k. Plotin, yay. Du hast eine Medaille gewonnen. Ja, ach was. So, den haben wir jetzt in fast allen außer Level 5 Plotin. Und ja, denn das nächste Mal wahrscheinlich der letzte Part, wenn ich nicht noch wirklich das mit Platin mache. Das überlege ich mir nochmal und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dann, ciao.